So, jetzt probieren wir uns mal hier aus an dem schönen Exil-Tisch. Wie gesagt, ich brauche neue Rezepte, sonst komme ich hier nicht weiter. Ich muss auf 9 hochpushen hier. Man sieht es ja hier, wie gesagt, warte. Man sieht es ja hier. Ich muss hier hochpushen auf 9. Ich habe ein 7,45. Angeblich kann man hier einfach irgendwie kombinieren, random irgendwelche Elixiere. Ich nehme jetzt mal das hier. Dazu nehme ich das hier. Ah, okay, hat doch geklappt. Okay, alles klar. Du kannst hier hier reingehen und jetzt das hier freischalten. Moment, geht das so? Aber woher weiß man das? Also, woher weiß man das? Ganz ehrlich. Wieso leckt das so? Was soll das? So, habe ich irgendwas freigeschaltet? Okay. 8, okay. Ich brauche aber 9. Gut, da muss ich noch mal gucken hier. Wie gesagt, der Rest hat sich irgendwie so von alleine erledigt. Kleinen Moment, ich muss noch irgendwas gucken. Ich muss selber noch mal irgendwas schauen hier. Sorry dafür. Da kann man ja noch mehr kombinieren. Das ist richtig nervig, sage ich euch, wie es ist. Finde ich gar nicht gut. Moment. 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 Hm. Hm. Okay, komisch Alter, das ist echt komisch Wie gesagt Achso, okay, hier sind noch mehr Ach, hier sind die beiden noch da, okay Ja, was soll ich denn jetzt nehmen? Moment Woher soll ich das wissen, was ich hier nehmen soll? Können wir es mir mal erzählen? Nehmen wir das mal raus Da leuchtet nichts weiter Achso, falsch Also ich verstehe ab und zu nicht, was das soll Also es ist immer noch Kryptonit für mich hier Also ich habe zwar jetzt eine rausgekriegt Aber wie ich das jetzt explizit verfolgen kann Und wie ich sehe, was ich jetzt hier machen muss Das sehe ich nicht So, warte mal Ne, hat nicht funktioniert Äh Welche Farben habe ich denn jetzt da? Die beiden Was muss ich denn jetzt hier kombinieren? Woher zum Teufel weiß ich das? Wie komme ich jetzt zu dem anderen? Hä? Junge, Junge, Junge Ja, wie gesagt, es dauert noch einen kleinen Moment Das dauert noch einen kleinen Moment Ich muss mir kurz mal kurz was angucken Ich verstehe nicht gerade, wie ich das hier rausfinden kann Was ich jetzt hier machen kann Äh Was man hier jetzt mixen kann Hä? Okay Hier fehlt mir aber ein Elixier Ist ja nicht drinne Warum ist das hier nicht drinne? Da fehlt mir eins Ja, ich kann jetzt hier doof rumeiern Und ich weiß trotzdem nicht, was ich machen soll Was ist das für ein Blödsinn? Woher weiß ich, was ich hier kombinieren soll? Da ist hier irgendein Kram angeklickt Irgendwas durcheinander Jetzt habe ich hier was Neues Warum auch immer Ich habe irgendwas durcheinander angeklickt Jetzt habe ich das hier mit bei Keine Ahnung Jetzt habe ich das hier mit bei Äh Jetzt habe ich nämlich das hier Ich habe nämlich das hier Ich habe nämlich das hier Ich habe nämlich alle einfach mal Einmal alle durch hier Einmal rum rumklicken Irgendwann wird sich was freischalten So einfach ist das Guck mal, hat sich schon wieder was freigeschaltet Ist doch schön Was es immer sein mag Keine Ahnung Also wie gesagt Ich habe keine Ahnung, was das soll Aber man kriegt es einfach nur raus Indem man einfach wildkühlig da rumeiert Anscheinend Ich weiß nicht genau Ob es so eine Kombination gibt Aber ja Ich habe es irgendwo wahrscheinlich jetzt irgendwie geschafft Keine Ahnung So habe ich jetzt irgendeine freigeschaltet oder nicht Ja, so Jetzt habe ich 11 von 45 Toll Jetzt kann ich hier wieder Sachen annehmen Und wieder weitermachen So sieht es nämlich aus Ja Dann geht es immer so weiter Immer so weiter Wenn ihr die Resonanzien haben wollt Wenn ihr die Farmen wollt Dann müsst ihr halt wie gesagt Dann aktuell den Spot nutzen Also am besten mit Graviton Also ich habe ein Video vorher aufgenommen Ihr könnt auch mit Perfektionierter Ausbruch da spielen Ihr könnt natürlich auch Waffen nehmen Wo ihr vielleicht noch einen Cut machen müsst Ich habe mit Gravitonlanze angefangen Man kann auch mit Perfektionierter Ausbruch spielen Zum Beispiel Um halt wie gesagt Hier die Ressourcen zu kriegen Und zwar Sind ja einige Ressourcen hier unten auch angegeben Ein paar kriegt man da nicht Die drei Sachen kriegt man da Aktuell Diese Woche allerdings nur Dann müsst ihr da reingehen Bis zu einem gewissen Punkt spielen Und zwar ist auf dem Mond gerade aktuell hier aktiv Das hier Dann müsst ihr halt so ein gewissen Punkt spielen Aber wie gesagt Jetzt guckt ihr euch einfach das Video vorher an Ihr könnt auch mit anderen Waffen probieren da zu spielen Hier hat zum Beispiel auch da mein Cut fertig gemacht Für Perfektionierter Ausbruch Jetzt bin ich auch erstmal raus Die Elixiere nerven mich jetzt schon Aber wenn man sehen hat Ich habe da einfach willkürlich irgendwie rumgeklickt Könnt ihr auch irgendwie probieren nachzumachen Ich weiß nicht wo da jetzt der Trick ist Da kommt bestimmt noch mal eine Anleitung raus Aber es hat irgendwie funktioniert Ihr müsst auf jeden Fall am Anfang Müsst ihr auf jeden Fall Dieses versteckte Menü freischalten Ja Das ist wichtig Dass ihr das freigeschaltet habt hier Und dann geht es halt irgendwie weiter Aber wie gesagt Wie das 100% weitergeht Kann ich euch leider nicht sagen Ja Das Hauptsache ihr wisst Wie man da weiterkommt Um die nächsten Feldeinsätze zu machen So Bis denn Reingehauen Bis zum nächsten Mal Bis ich dann genau weiß Wie man hier rummischen darf Und kann Bis denn Tschüss Danke für den Support Dann